Mein Name ist Simon Brunauer und ich darf Ihnen heute die neue Kompetenz Pulverbeschichtung im Hause Guttmann vorstellen. Guttmann beschäftigt sich seit jeher mit Extrusion von Aluminiumlegierung, der Entwicklung von Aluminium, Baubeschlag und Metallverbundsystemen, sowie der Fertigung von Rahmen geschweißter und gesteckter Ausführung und der zugehörigen maßgefertigen Blechverkleidung. Der letzte fehlende Baustein in der Oberfläche zur Ergänzung des bestehenden Eluxalwerkes ist die Pulverbeschichtung. 2018 ging die hochflexible Horizontalbeschichtung mit zwei Schnellfahrbröchselkabinen in Betrieb. 2019 wurde diese durch eine hochinnovative Vertikalbeschichtung mit ebenfalls zwei einzigartigen X-Kabinen ergänzt. Somit können alle Anforderungen der Kunden im Punkt der Oberfläche vollständig erfüllt werden. Die Qualitätssiegel wie GSB, Walikud, Sibro verstehen sich von selbst. Guttmann geht auch in der Fertigung neue Wege. Wir verschlanken unsere Prozesse und gehen Richtung Liegen. In der Vergangenheit wurden sämtliche Produkte aus Aluminium verpackt, zu externen Beschichtern versendet, dort erneut verpackt und zurückgesendet zu Guttmann, wo sie für die Endverpackung konfektioniert wurden. Heute wird gefertigt, beschichtet, verpackt und zum Kunden versendet. Dies spart Zeit und sichert die Qualität durch Vermeidung von unnötigem Handling. Darüber hinaus werden in Zukunft noch weitere Kompetenzen wie zum Beispiel eine Einrollanlage angeschafft. Sie sehen, ich und mein Team setzen alles daran, alle ihre Anforderungen wie Qualität, Flexibilität und Lieferzeit zu ihrer vollsten Zufriedenheit umzusetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017